Kapitel 14 Ein persönliches Wort In Kapitel 2 sprüge ich eine Warnung aus. Wer die fünf Leifsprachen kennt, und die Mutterleifsprache von seinen Partner versteht, wird mit gründeligen Veränderungen in seinen Verhaulen regnen. Ich möchte dich fragen, was denkst du jetzt? Beim das Burgdacharbeiten hast du dir das Leben von ältlichen Ehepaaren bekämpfen dürfen, du wirst in kleinen Dorf in auch in großen Städten zu besuchen, hast man mithaub in der Seelsorge-Office gesehen und zugehört, was wir in Restaurants durchreden dürfen. Zu welchen Ansichten bist du nie gekommen? Kann das, was du hier erfahren hast, das Verhaulen in deiner Ehe von Grund ab verändern? Was wird alles passieren, wenn du die Leifsprache von deinen Partnern rauskriegen kannst, und die dann wirst einig geworden, dich beständig anzuwandeln? Nicht du, auch nicht ich, können diese Frage beantworten, solange wir das nicht angefangen haben. die auf meine Seminare von den 5 Leifsprachen gehört haben, die ihrer eigenen, nur ihre Vollstallung nur, von Grund ab nie geworden sind. Das passiert aber mal erst, nur dem, dass sie sich entschlossen haben, den anderen zu leben in dieser Leif, indem sie eine Sprache zum Ausdruck bringen. Wenn das Verlangen nur live gestellt wird, dann entsteht so eine reine Luftwäsche an, dass sie auch noch viel Kraft haben, sich für andere Sachen interessieren. Jeder einer von uns ging an die Ehe nähen, mit seiner eigenen Persönlichkeit und einer besonderen Lebensgeschichte. Jeder einer hat seine eigene Packung zu tragen, und das bringt er an die Ehegemeinschaft mit nähen. Wir kommen mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Ansichten, um das Leben zu meistern, und mit verschiedenen Verstellungen darüber, was am Leben das wichtigste ist. In einer gesunden Ehe werden diese Unterscheiden taub gebraucht worden. Wir werden gar nicht mit alles über einstecken, aber wir werden einen weich finden, wo wir mit dieser Unterscheiden angehen, um dort nicht zu einer Kiel zwischen uns zu gehen. Wenn die Leif-Tanks ladig sind, dann sind die Ehepoaren leicht recht, sich zu streiten oder zurückzutragen. Eingemalt kommen dort dann auch noch zu Gewaltanwendungen, mit Druckmädeln oder auch mit Schlönen. Als der Leif-Tank aber abgefällt, dann hast du einen Gefeil von angenommen sein. Dann sieht einer sich zu verstehen, laut die Verschiedenheiten stehlen und red über die Probleme. Ich seh mich daran sicher, dass nichts anderes in der Ehe die Gemeinschaft aber allein so beantflussend hat, als dort wahrlich sein, dem anderen sein Verlangen nur Leif zu stellen. So viele Menschen wollen das nicht klicken, den Partner zu leifen, und dort besonders dann, wenn er keine Gehe in Leif kriegt. Wer da wählen, ob er doch leifen will, wird seine christliche Kraft in Anspruch nehmen. Als ich jahren trägt selbst Schwierigkeiten in einer Haut, werde ich dort vom Nieren erinnern, wo er auch Gott braucht. Als Anthropologe werde ich dort gewarnt, mich auf Tatsachen zu stehlen. Dort werde ich mich einig, einmal selbst nur die Warteln von dem christlichen Glauben zu forschen. Ich studiere die geschichtliche Berechte über Jesus Christus' Geburt, sein Leben und sein Storben und sein vom dort abstehlen. Dabei werde ich mir dort sehr klar, dass sie dort ein Ausdruck von Gott seine Leif und sein Abstehlen von dort ein Beweis von Gott seine Macht wäre. Ich komme zum wirklichen Glauben und über Jesus mein Leben. Von dort an kann ich das immer wahr erfahren, dass Gott die jetzliche Kraft dem Leif schenkt, auch wenn wir keine Gähne in Leif sperren. Dort werden möchte ich, die dort am Ort leiden, einmal selbst nur dem Segen zu gehen, der sterben, noch verdäubt, die dort Bivieren am Daut zu machen. Vorher, für Jaffan, will sie weiter nicht was sie dauern. Wer kann seine Leif noch klarer bewiesen? Die höheren Zollen von Eierschädungen am Land sind ein Beweis dafür, dort sehr viele Poren mit einem Leif-Tank leben. In der Zoll von Jugendlichen, der öffentliche, wort immer herrscher geht, wort von Tüß Weichrannen mit der Gesatzen Probleme haben, wiesen dort abhauen, dort viele Eier, die wirklich bemügt werden, ihre Kinder leif zu bewiesen, doch nicht der reichte Leif-Sprache geredet haben. Ich habe das Buch nicht aus wissenschaftlichen Untersuchungen taub geführt, um dort an die Bäcker-Shops von den Universitäten untersteuern. Dort wird begreifend sein, wenn manch ein Soziologe oder Psychologe dort auch an seine Office anwandern kann. Das Buch ist in Wirklichkeit nicht für die geschrieben, die sich mit den hohen Fachweiten mit der Eier aufgeben. Das ist für die betroffenen Personen geschrieben. Das soll die Wort sein, die das hohe Gefehl von dem Verleif-Sprache erlebt haben, und mit dem Traum an die Eier angingen, dass sie sich immer lecklich machen und dann auch durch die Wirklichkeit vom Leben in die Vorkommen diesen Traum für immer aufgeben. Meine Hoffnung ist, dass viele Eierporen nicht bloß ihren Traum holen können, dass sie aber auch den Weg erkennen, wo derch die Wirklichkeit wahren kann. Ich träume von dem Tag, wo das von all die gläckige Eierporen einen entscheidenden Schwung kriegen wird, was zum Nutzen für die ganze Menschheit sein wird. Dann wollen Männer in Frühjahrs erleben, mit gefällten Läuftanks leben, in all ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringen können. Ich träume davon, dass Kinder und Familien abwassen, wo sie sich ihr Leben angenommen fühlen. Dann wollen sie in der Lage sein, all ihre Kraft um Lernen und um Deinen zu setzen, und es steht, die wird um für Jäfsen und Läuftsäken zu verkozen. Ich wünsche mir dass dieses Buch die Vlamen von den Läuftsäken und viele duzenden Eiern anstecken. den Läuftsäken 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 Läuftsäken